Wo bist du? Dahinten Ich muss mich noch im Schwert craften Du denkst doch nicht erst, dass ich da ohne Grund... Dahinten ist nämlich noch eins Eins, Entschuldigung, Zwei Alte Alte Nett hoch, da oben sind noch mehr Eins Alter, runter Das überlebst du denn? Komm her Das ist krank, Alter Ich hab keine Pfeile mehr Weg da Au Die Pfeile prallen von unseren Pfeilen ab Da kommt schon wieder eins Geh mal zu den Skeletten runter, da sind noch Pfeile glaube ich Ah ja, stimmt Auf jeden Fall sind grad eben irgendwas Neues Auf jeden Fall sind grad eben irgendwas Neues Auf jeden Fall runtergekommen Und grad schon wieder auch Ah, dauert etwas lang, bis man da mal unten ist Es funktioniert auf jeden Fall Drei Pfeile Wart mal kurz Ne, das kann ich jetzt nicht machen Da kommen noch welche Max, da sind grad eben welche abwärts Oh, leck! Geh weg Aua, Aua Ey, ey, Alter Was war das jetzt? Hinter dir! Au! Ey, kommt das krank Aaaaaaah Ich krieg das! Nun komm die anher, ich komme mich zu dritt Das wird aber jetzt schon zig Da kommt schon wieder ein Und noch einer Und noch einer Und noch einer Ich bin's langsam assig, Alter Ich auch Ich glaub jetzt ist Tag Tatsache Gott sei Dank Ne, noch nicht mal Da kommen ja noch mehr Max, ne Toch, ne Toch, da zum Creeper Auaah Volle Breitseite Ich sterbe gleich Ich sterbe gleich Ich sterbe gleich Ich sterbe, sterbe, sterbe gleich Ich hab grad die Pfeile in mir Komm her Ich rette dich, ich rette dich Alter, du bist krank Alter, du bist krank Uhhhhhhhhh 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 Alter Ich möchte mal wissen wie viele das grad eben waren Da gibt's noch einer Da gibt's noch einer Ah, ne, okay Die sind down Aber die hab alle ich runtergeglockt Das weiß ich schonmal So, ich mach mir jetzt ein Schwert Und dann gehen wir runter Weißt, ich war oben an der Farm Und hab die Schweine nochmal gefüttert Und dann hab ich hinten Tausende von Zombies gesehen Ich geh da aus dem Tor raus Und dann auf einmal fangen alle an zu rennen Wie dich runter, Alter Crazy shit, man Jetzt mal ernsthaft Das ist fraglich Komm mal bitte her Warte Was gibt's denn? Ich hab vorhin das Babyhühnchen gesehen Da, hier eins Zwei Die treiben zum Wasser Die treiben zum Wasser Ah, hier, Babyhühnchen irgendwo Ja Eigentlich hätt's noch da sein müssen Aber immer wenn ich zurückkomme Ist das weg Das glitscht glaub ich Durch, durch den Boden durch Muss noch Wasser wegmachen Aber es rennt ja hier nicht irgendwo rum Ja Crazy shit, man Crazy shit, schau mal her Ja? Eis und Schwert Ja, ja Ach ja, ich hab hier was für die Kiste So, geh mal nochmal runter Das Eisen will ich in die Kiste tun So, geh mal nochmal runter Das Eisen will ich in die Kiste tun Ich hab null Pfeile mehr Ich hab auch keine mehr Ich hab auch keine mehr Nicht beschützen Ah ja Die Kolben werde ich eh gleich wiederhören Ach, da ist ja schon Obsidian Hä Die Höhle kenne ich mittlerweile so gut Du fällst natürlich runter Hauptsicht Irgendwo ist ein Skelett Da Zwei Die Gegend hier zum Beispiel Müssen wir alles noch machen Kann dauern So, wir haben nochmal vier Eimer Die fünfte hast du viel vergessen Ich hab bloß vier Ich hab die in den fünften hingeschmissen Oh Oder? Nö Und wieder hoch Au Oben sind Zombies Wie gesagt, ich glaub da oben ist irgendwo ein Spanner in der Mini Glaube ich langsam auch Ah Ah Bloß wo? Wo geht's jetzt lang? Da ist ein Babyzombie Ähm Hä? Äh? Ich glaub da ist ein bisschen einfach zu hoch Wir sind doch noch irgendwo lang Wir sind doch noch irgendwo lang Ich hab's jetzt schon mal auf Ich hab's jetzt noch mal Ich hab's jetzt noch mal Ich hab's jetzt noch mal was dann keine ahnung das war ein skidett weil ich im pfeilen im mittelkopf je nach lust und launie müssen wir uns das überall mal ausbauen dass man besser runterkommt doch aber immer noch diamanten für obsidian zum abbauen das wird so lustig ey bau du mal einen Kompass für? sag mal so zur Sicherheit einen Kompass braucht man nicht trotzdem oder du meinst wenn wir vom Portal oder woanders da rauskommen oder wie? naja jetzt dann haben wir ja noch genau wo bist du hin? ich bin wieder hier ach so mittlerweile mach ich was mach ich denn du hast deine alte eisenrüstung abgelegt? ja reparier ich mal nie damit ganz einfach stufel hm warte komm mal her wir müssen gleich wieder runter ja 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 die brauchen wir noch eins zwei drei vier kannst du noch einen Eimer machen? das muss drei hoch sein ne? eins zwei drei ja dann kommt da auch einer rein hier 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 genau kannst du noch einen Eimer machen? du hast so viel Glück dass ich grad eben drei eisen dabei hab und ne workbench auch warte mal eins ich hab vier eins zwei drei vier naja ok mach trotzdem ein das wird wieder lustig mit dem Wasser das wird wieder lustig mit dem Wasser ach du hast viel dabei mit Labe ich hab jetzt ich hab jetzt vier Eimer und einen Wassereimer gut kann mal runter gehen da mal eins zwei drei ja warte auf mich wabbel die hier weg die drei ersten hast du Fackeln dabei? hm nein bleib das habe ich zwei bis vier j jetzt im moment jetzt haben wir unser laufen da runter gibt es okay 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 noch ein dann bringen von der leiter weg da ist noch eine höchke da oben ist ein babyzombie und ich habe noch ein halbes herz da ist ein wunds bonnet ist fertig mit die da hier noch ein moment Moment Nur eins hoch Warten auf mir Du Jump, Run und Fege Ich hab noch einen besseren Aufbau gebaut, Junge Da ist ein Creeper Wo? Da Irgendwo Keine Ahnung Möglich Kommt weiter, ey, wo geht's wie lang? Da da Wir haben schon so die tolle Höhle Du musstest jetzt mal ein Feuerzeug holen Ja, der Lust Doch Jetzt fau ich erstmal auf Ja, das steht ja gleich Ja, ja Das ist obenrum wieder mal lustig Jetzt bierst du Dann Dann So. Ok, gleich ab. Ich weiß nur noch ein wenig, das mal, aber egal. Ja und, ich will jetzt mal schauen, wo Salazar ist. Gleich an der Kurve gespielt ist. Ja, wie geil. Ich baue mal ein Dickdreber. Was du auf das keine Gas kommen Das ist so geil, ja Aber halt auch direkt bei der Burg, ne? Ich hab gerade eben schon gehofft, hoffentlich kommen die zu der Burg und so, ne? Ach, das ist geil Aber da müssen wir noch irgendwas hinbauen, sonst fällt man da leicht runter Wie, wenn wir mal auf der anderen Seite runtergelaufen wären, wenn wir runterfallen? Ja Jo, jung, alter Ich hab ne Idee Ja Wenn, dann soll schon alles geil aussehen Bist du schon da drin hier, oder? Ich warte auf dich Komm Suchen wir mal Neverwarten und... Ja, zwei Ja, da ist ja ne Kiste Lol, Diamant Eine? Ja Cool Seit wann stehen hier Kisten rum? Darfst du an den Netz erwarten? Die stehen seit der 1-Jax herum Dann komm ich so noch ein paar Bau den Seelen-Sattel auch ab Da finden wir eh noch genug Ich hab kaum noch Schaufel Ich hab auch keine Schaufel Ich hab auch ne Kiste gefunden und da ist ein Klon Ich hab den Gold im Pferdesattel Äh, Rüstung Gold im Pferdesattel, wo bist denn du? Da ist auch noch ne Kiste Zwei Dinger Sattel und ein Klon-Schwert Oh, das ist ein Witter-Skelett Ich hab vor dem Ding die mehr Angst Vor dem Ding Lon Wo bist du? Im Stillen-Sand Oh, ich seh... Ah, ich... Da sind Toren Chaum Also antworten Vielen Dank.